Seltsamsehnen Nebelschwadenbilder Noch nie dagewesene Situationen Stell dir vor, es gibt kein Asyl, war kein Grund zu fliehen Du siehst CNN und sie berichten, Mumia's free Hast keinen Stress mit dem Bull, weil du deinen Bruder liebst Der Jugo ist Schluss mit dem Ruderkrieg Stell dir vor, du kannst Deutsch und trotzdem Türke sein Die Gleichstellung der Frauen gibt's in Wirklichkeit Die Bahn fährt immer und umsonst, du brauchst keinen Führerschein Hast nen Job, der dich erfüllt und noch genügend Zeit Stell dir vor, AKWs werden lahmgelegt Bis dann der Adria siehst Fische, wenn du baden gehst Die alten Herren im Bundestag leeren abgesägt Die Menschen verbrüdern sich und Esperanto legt Stell dir vor, der Papst wird schwanger und treibt ab Du gibst ein Interview und sie schreiben, was du sagst Du sagst den Leuten, was du denkst, sie sind nicht eingeschnappt Bayern steigt ab und Kickers holt die Meisterschaft Stell dir vor, im Blatt ein Bär, es ging's nicht um Profit In den Chars ist wenig Plastik, dafür viel Musik Nur der größte Rap-Sound beschallt die Republik Jetzt kauf ein Album auf, wenn Null statt auf Kompakt ist Manchmal dreh ich mir ins Blatt und fang an zu träumen Nehm mir ein Steft und Papier und schreib im Reim Sitz am Fenster daheim, man, in die schönsten Szenerien Und der Wind bringt mir diese Melodie Sing sie für mich, oder? Seltsame Szenen, Nebelschwadenbilder Noch nie dagewesene Situationen Was hast du dich gefragt haben, oder nicht? Das habe ich schon Das ist mit der Hinschauen Das ist mit der Hinschauen Das ist mit der Hinschauen Ey, ich geh mal Filtern Ich hab keinen Filter Ich hab keinen Filter Wo sind die Filter? Ich hab keinen Ey, ich weiß, was passiert jetzt Ich schwöre, der weiß, was der Freak gefunden hat Was? Ich sag mal Filter Filter, Filter Oh scheiße, nein, die Menelik-Flyer Menelik-Flyer So ein Stapel Der ist ungezogen, man, weißt du? Im Karton unten So ein Stapel, Menelik-Flyer Alle gesagt Alle gesagt Der hat noch keine mitgebracht im Studios, oder? Ich frage jedes Mal, aber wir kennst ihn ja mal Der ist so verpeilt, man Oh scheiße, weißt du, weil er nämlich zu viele von den Flyern verbraucht hat Deshalb hat er sie auch nicht rausgebracht, halt, ne? Er hat nämlich gesagt Hört eine mehr und das ist nämlich so Pseudogelaber Der will nicht teilen, man Der will nicht teilen, deshalb rückt er sie nicht raus Ja, das sieht aus Aber ich mein, wenn wir dir das schon tun, ich will es auch nicht machen Du doch auch nicht, ne? Seltsames Sehnen Niebelschaden Brüder Nachgewiesene Situationen Wir sehen uns beim nächsten Mal Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis zum 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 nächsten Mal